Audio-Post. Geklickt. Gehört. Die Sicherheit in unserem Land ist uns wichtig. Genauso wie, dass wir uns gemeinsam gegen Extremismus und Terrorismus stellen wollen. Jetzt ist es aber so, durch die Digitalisierung haben sogenannte Gefährder ein leichtes Spiel, sich untereinander zu vernetzen. Es erklärt sich also von selbst, dass der Staat vor allem digital auf die Jagd nach Verdächtigen gehen muss. Wie? Mit Überwachung. Und das ist der Punkt, an dem sich die Meinungen spalten. Seit kurzem haben Datenschützer ein neues Horrorszenario vor Augen. Der Staat soll künftig auch WhatsApp-Chats mitlesen dürfen. Was hinter dieser Meldung wirklich steckt und ob man sich gegen die Staatsspionage schützen könnte, das weiß Experte Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma GoSecurity Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Sogenannte Staatstrojaner gibt es ja schon länger. Unser Experte verrät, wieso erst jetzt das Interesse an einem Spähprogramm bei WhatsApp da ist. WhatsApp verschlüsselt die Nachrichten vom Sender bis zum Empfänger. Damit kann dann niemand die Nachrichten mitlesen. Bei E-Mail ist das zum Beispiel ganz anders. E-Mail kann man anschauen wie eine Postkarte. Jeder vom Sender bis zum Empfänger kann da mitlesen. Daher weichen auch die Verbrecher auf WhatsApp aus, damit ihre Kommunikation nicht mitgelesen werden kann. In einer WhatsApp-Gruppe mit dem Staat? So realistisch schätzt Andreas Wiesler das ein. Der Staat kann natürlich nicht jede Nachricht mitlesen. Dafür gibt es einfach viel zu viele. Man schätzt, dass pro Tag ca. 60 Milliarden Nachrichten über WhatsApp verschickt werden. Daher nur bei Verdacht darf dann auch der Staat mitlesen. Und daher rechne ich nicht mit einem grossen Widerstand. Er weiss auch, wie wir uns als Privatperson gegen das Ausspähen schützen können. Da wir das gar nicht erst mitbekommen, glaube ich kaum. Und bei WhatsApp wird das nicht möglich sein. Da müssen wir auf andere Programme wie TREMA oder Signal ausweichen. Da kann ich nämlich meinen Schlüssel selber definieren und so kann dann auch niemand mitlesen. Und wie genau eine derartige Überwachung überhaupt funktionieren würde? Ja, zuerst müsste der Staat dieses Programm auf meinem Gerät installieren können. Dazu könnte beispielsweise ein Download von einer Datei missbraucht werden. Doch das ist sehr, sehr aufwendig. Daher vermute ich eher, dass Schwachstellen auf meinem Gerät ausgenutzt werden. Und durch diese Lücke wird dann das Programm auf meinem Gerät installiert. Dass der Staat mit allen Mitteln versucht, Gefährder früh genug aufzuspüren, ist doch eine gute Sache. Wieso also kritisieren Datenschützer sowas immer wieder? Auch hierauf hat Andreas Wiesler eine Antwort. Der Grund ist sicherlich legitim. Doch die Überwachung im grossen Stil, im Sinne von, ja wir überwachen mal auf Vorrat möglichst viele Menschen, das geht nicht. Ich erfahre ja auch nicht, ob ich überwacht werde, nur weil ich vielleicht etwas Böses in den sozialen Medien veröffentlicht habe. Und genau dies verursacht das ungute Gefühl bei den Datenschützern. Audio Post geklickt gehört.